Ach, so ne Scheiße, ey. Ach, Hallöchen, wer ist denn da wieder zu Hause? Digga, hast du ne Kamera unten an der Tür angebaut? Oder woher wusstest du, dass ich jetzt von der Schule komme? So, ja, sonst ist aber alles gut bei dir, der Brausebühne da oben, ja? Sonst halluzinierst du nicht. Ich wusste, dass da ja nicht viel drin ist, aber sowas ist ja echt geisteskrank. Sag mal lieber, wie war die Schule? Jo, was soll ich sagen, ne? Schule war wie immer anstrengend, nervig, aber ich hab's überstanden, ich bin wieder hier. Ja, klingt doch super, ist doch geil, ist doch cool. Und, ähm, wo ist, wo sind deine Schulranzen? Der ist, ähm, ich hab den bei Maxi gelassen. Ich war kurz bei Maxi zu Hause und der ist, äh, ich hab den bei Maxi gelassen. Ah, der ist bei deinem Kumpel Maxi, ja klar. Ähm, und, äh, der Schulranzen? Also ich hab schon vier Augen, der da im Flur liegt, was ist damit? Äh, ja, ich, also, ich, Moment, ganz ruhig, ähm, ohne ausrasten bitte, ich kann's erklären. Ja super, das find ich cool, die Erklärung nehm ich mir mal auf, die protokollier ich mal, weil ich, ich bin wirklich gespannt, wie du erklären willst, dass deine Lehrerin mich angerufen hat und gesagt hat, dass du heute geschwänzt hast und ich in der Schule war.